ja ich melde mich zurück leider du stellst mir hier nicht weg nicht jetzt das ist so viel tassen drückerei naja ich hab's mir okay ich gehe jetzt ganz mal ein kleines bisschen ruhiger an nicht habe ich schon kurz was guckt deswegen nicht sofort reagiert habe nein du fasst das schon obendrauf versuchen wir noch mal die letzte erst springen dann irgendwie nicht so weit springen wie er ach komm schon ey das ist doch peinlich bei diesem wow okay das wäre es eigentlich gewesen wäre ich kurz zurück gesteuert aber wir schaffen das denke ich mal in meinem leben noch einmal ach komm springen ab nein das ist wieder gewählt das kann glaube ich bestimmt sehr komisch also ganz ehrlich wenn ich bin jetzt kriege und bei diesem level sterbe ja oder bei dem hier ich mag aber die musik wirklich acht bits ist nach komm acht wird das echt geil heißt dasselbe kartenbrücke als kart bridge verstehe ich da gerade was falsch natürlich auch sein ich wollte wenigstens überleben aber weitermachen keine müdigkeit fort täuschen mittlerweile schaffe ich es mich wenigstens meistens zu retten also meistens wenn ich da so dumm umhüpfe das wäre es eh nicht gewesen also von daher ist es schon er kommt ich bin gesprungen jetzt echt langsam ist das nicht mal feierlich na aber das habe ich auch schon wird also jetzt überhaupt so ein gedüngst nervt mich ja lange mehr ich muss verdammt ich muss dran denken dass ich gegensteuern muss kurz aber das ist wirklich so viel drücker reihe drücker reihe an tasten das ist nicht das ist nicht mehr schön das ist gar nichts das ist einfach nur random random and random aber nichts gut wenn man denkt und ist das oder tut nichts gut super ich bin einfach nur diese vorab sollen schaffen weil das ist wirklich die ich weiß das habe ich ein paar mal gesagt aber nicht so schlimmer als diese überhaupt so ist einfach so für mich einfach pure luck also man muss genau der millisekunde drücken und man eigentlich ja landet an der wand das kann man nicht mit schaffen da wäre es siehst du siehst du siehst du mir diese kunde direkt direkt wenn man der wand ist springen sonst schaffen das nicht ich habe gar nicht wahrgenommen dass sie überhaupt sonderwand klebe es ist du ach man verdammt kommt ich habe nach rechts gedrückt und er bleibt da einfach so gerade einfach nach oben wenn ich dann nach wenn ich dann nach links drücke um auf irgendeine art und weise wieder zurück zu kommen und mich zu retten hübscher in dem freitod nein so hau ach komm schon ach was bin ich fröhlich wenn ich die weh wenn ich habe momentan er angepasst so noch einmal da drauf lange traue ich jetzt schon hier rum ich nehme mal kurz zum schluck einen moment und sorry dafür so also es sind an passende bad schatz vor allem schild als not a possibility wird scheiße bullshit nein drück doch nicht noch mal nach links wenn ich dir das nicht befehle aber über solche fähigkeiten kann ich so sehr auf game over hatten wir noch nie in diesen 22 minuten die wir bis dahin aufnehmen komm komm ne leute also das ist das ich habe schon sowas geahnt als ich die wops und ja wops und würde schon sagen ne falscher name als ich die wops und sag ich doch zum ersten mal gesehen habe ähm ich habe schon sowas geahnt aber dass es dann nicht so will äh will wild wird weil ich muss danach wieder auf dem zweiten block landen ey hab's ja gerade gesehen ich war einem block unter der bandage und habe dann auch noch auf den nur auf den letzten block des blocks des großen blocks getroffen wo die trussneller steht heißt wenn ich noch ein block höher fliege in der muss ich automatisch ein block weiter links bleiben so ne ist ja klar und das heißt dass ich dann ach komm schon ein block später da ankomme heißt ich lande ein block da drunter heißt ich muss auf diesem kleinen block da auch noch landen also ich habe ja schon immer diese gehasst aber ähm da fehlt übrigens ein ass warp zones ich habe dies zwar schon immer gehasst aber nein 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 der schnee vor allem diese sieht ja auch irgendwie sowas von blöd aus weil meine kuppel ist an meine ja da gab es wirklich schon war und sie dann mein weiter besser aus nein das war zu niedrig komm schon du arsch und diese so bescheuert dass mir dazu einfach gar nichts mehr einfällt was ich sagen soll weswegen ich schon sehen nur leute mir fällt wirklich dazu nichts mehr ein weswegen ich jetzt auch zu erworben so nichts mehr sagen also dazu dass bei dem typen der ob so gesagt hat so werden jetzt schon zweimal geschafft die band ist in dieser zu kriegen bei der zweiten band möchte ich jetzt gar nicht reden wie schlimm dass da wohl sein jetzt aber wie gesagt wenn ich erst einmal die hier habe bin ich so fröhlich nachkommen kommen nein 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 kommen ich werde zu häufig jetzt dass ich mir jedes mal zum anfang irgendwas ausdenken könnte weil ich muss euch ja noch mit auf irgendeine andere art und weise unterhalten auch wenn ich dass der kontur weil mir eh nichts mehr einfällt aber von mir ich mich konzentrieren muss beim fehlen weil es sonst nichts wird das blöden bandages mal der einzelnen blick komm 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 habe ich das sind gerade gemacht dass ich die band gekriegt habe weil irgendwie möchte ich das gerade überhaupt nicht okay das wird zu niedrig eh schlecht probiere es noch mal von links kann ich vergessen bin zu sehr rechts